Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück, ein Tarkov-Video. Viele von euch haben gefragt, ob ich sie im neuen Vibe begleiten kann, den ich natürlich seit dem ersten Tag, seit anderthalb Wochen durchgängig zocke und mein ganzes Leben dafür fast vergesse, weil es absolut süchtig macht. Und heute ein schönes kleines Gameplay für euch, damit ihr bei den, ich sag mal, schwierigen Questen ein bisschen mit dabei sein könnt. Ansonsten, jede Runde Tarkov, die ich spiele, zeige ich auch live im Stream. Da könnt ihr auf Twitch vorbeischauen, da könnt ihr auch Fragen stellen zu Quest-Schlüsseln, zu Quest. Ich spiele seit dem 1. Februar und dieses Game hat mich so sehr im Bann, dass ich wirklich mich sehr, sehr freue, einfach die nächsten Wochen noch durchzugrinden. Die Quest, die ich heute zeige, ist die Runde auf Shoreline und zwar Punisher 4. Und ich zeige euch, was diese Quest eigentlich ist. Die Punisher-Reihe braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel Kappa machen wollt, was ich wieder mache. Und ich bin jetzt nach anderthalb Wochen bei Punisher Part 4. Ich bin bei Level 34, dabei die Trader hochzubekommen. Und Punisher Part 4 bedeutet, ihr müsst mit einer Balaklava, das ist eine von den Masken, die ich anhabe, und einer Skeff-Weste ausgerüstet, Waffe egal, Rüstung egal, 10 PMCs, also 10 Spieler töten, auf Shoreline. Ihr seid also auf die Karte fixiert. Und ich sag mal, normalerweise würde ich dann sagen, das hier wäre jetzt die Skeff-Weste. Nehmt eine Reddit, seid ihr zwar etwas schwerer, aber es levelt halt eure Stärke. Ihr könnt auch die leichtere Korunden nehmen. Das hier alles funktioniert nicht, weil es gepanzerte Rigs sind. Dann müsst ihr überlegen, was ihr nehmen wollt. Und ich habe mich halt dafür entschieden, keine Rüstung mitzunehmen, denn ich habe es einfach vergessen in der Runde. Und dann, ich brauche 10 Kills und ich bin eigentlich pro Runde mit einem PMC zufrieden, weil es teilweise schwierig ist, die Camper zu finden. Wir haben ein paar gefunden. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Es ist nicht allzu lang. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und viel Spaß bei der Runde. Ich habe das Ledex nicht in meinen Dings gekriegt. Insane Head-Eis. Chat, seit gestern sind wir auf so viel Cheater getroffen. Das Ding ist, ab Level 45 bekommst du eh bessere Tages- und Wochenaufgaben, mit denen du eh besser leveln kannst. What? Digga, wie schnell hat er mich denn gesehen? Ich habe keine Rüstung dabei. Einer weniger. Zwei weniger. Ich sage es euch, Chat. Ich sage es euch, wie es ist, dass sie mir allen Ernstes erlaubt haben, ich habe keine Ersatzmonie dabei, dieses Spiel zu spielen, war deren größter Fehler. Hätten sie mir niemals erlauben dürfen. Aber sie haben es mir erlaubt und das ist das Ergebnis. Habe ich eben echt vergessen, Rüstung mitzunehmen, ich Trottel. Der eine kommt später und der andere ist verschollen seit gestern. Ich sage noch, Chat, ich will den Spawn abgucken, weil da jemand spawnen kann. Aber heftig, wie schnell mich der Erste gesehen hat. Wirklich heftig, wie schnell. So. Sieben noch. Heilige Mutter Leck. Wir müssen diese Weste tragen, Chat, und da geht halt nur ein Magazin jeweils rein. Dann geht es weiter. Ohne Rüstung war das eben ein bisschen Risiko. Das ist Cottage, nice! Camper, Camper, Camper! Zeigt euch, liebe Camper, na los! Ehh! Ok! Okay. Okay. Ich glaube, das kommt aus dem Resort. Okay. 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 Warum hört ihr auf zu schießen wenn ich komme? Warum hört ihr auf? Vielen Dank. Vielen Dank. Na Lena Hase, wie geht's dir? Oh, shit. Ist zu schwer, Chat-Candy mitnehmen. Mir geht's super. Ich hab mir nur Sorgen um dich gemacht. Oh, shit. Oh, shit. Okay. 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 Wie geht's deinem Hals? Okay. 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 mir leid. Einfach besser, Chat. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Da komm ich nicht mehr ran. Moin Smoker. Digger, da kämmt jetzt einer die Leichen ab, ne? Der schöne Loot von uns, Chat. Aber ich sag's euch, wie's ist. Wenn ich da jetzt zehn Minuten warte, wird sich diese Kreatur von Mensch immer noch nicht zeigen. Und am Ende geh ich da irgendwann ran und krieg ein Headshot im Ding. Sag ich euch, wie's ist. Wisst ihr was? Ich hab meine vier Kills. Ich brauch neun. Vier hab ich in einer Runde. Nehm mich. Reset. Neu. Mir egal. Das tue ich mir nicht an. Scheiß auf den. Ja, Scaf, rauf. Wo zur Hölle ist der? Ich würd's gar nicht wissen. GG. Ich bin anders. Okay. Anders. Gut. Gut. Gut.